Das ist das Atelier Mössmer von Norbert Niederkowler, dem besten Koch der Alpen. Und zwar hier in Brunegg in Südtirol. Das gesamte Areal hier sind fast sieben Hektar. Wir haben einmal fünf Hektar Lodenfabrik da drüben. Es ist heute noch alles wunderschön gebaut. Das ist alles eine industrielle Architektur, wunderschöne Fabrikshallen. Erstens alles von lokalen Bauern, alles von den Bergen, die Natur wirklich zu unterstützen. Und vor allem auch die ganzen Produzenten. Alles Produzenten, Einheimische, ohne Zwischenhändler. Und No Waste, also Nose to Tail, absolut wichtig. So wie es früher war. Bitte mit diesen Dumplingstarten gemacht, in Dampf gegart. Oben drüber haben wir eine Wildflussgarnele. Das ist für uns eine kleine Rarität, weil unsere Philosophie ist ja Cook the Mountain. Und Meeresfisch haben wir nicht. Das ist eine kleine Rarität. 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 Das ist ein Essig-Privileg. Das ist eine kleine Rarität. Das ist eine kleine Rarität. Das ist eine kleine Rarität. Das ist ein besonderes Öl. Das ist selber hier erstellend. Aus Klee. Beeren auch ein bisschen. Ja. Cook the Mountain. Den Fisch gibt es tatsächlich nicht am Mountain, aber im See am Mountain. So und jetzt kommt erstmals Fleisch. Mit einem richtigen Messer. Und zwar ist das, so wie du es gesagt hast, aus Eisenbahn. Alter Eisenbahn. Und hier ist das Eisensoße. Das ist schon sehr feil. In den letzten drei Jahren habe ich fast nirgendwo so gut gegessen. Hier beim Norbert Niederhoffler Cook the Mountain. Bruneck Südtirol ist eine Weise wert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.